Still, alles still. Als wäre die Welt tot. Buh! Oh, was für ein Mann! Du hast doch immer die Nase. Weiss ich. Was? Was sinds für Leute wollen? Du bist doch nur ein armes Hurenkind. Du machst deiner Mutter Freude mit deinem unhehrlichen Gesicht. Nein! 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 Stoff 0,10 Salz, saures Ammonium. Das ist eine wichtige Frage, weil das Verhältnis des Objekts zum Objekt... Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Etwas, was wir nicht fassen. Es geht still, was uns von Sinn bringt. Aber ich hab's raus. Es war ein fürchterliches Getöse am Himmel und alles im Glut. Ich bin viel auf der Spur. Sehr viel. Ein Gäsel? Ein Gäsel! Ein Mensch muss auch ein Nachbarn verstanden sein, damit er sagen kann, nahe spät, schöne, grotesk!